Ich schenke ihnen nichts zum Geburtstag. Wir schenken nur was, wenn wir einen neuen Erdenbürger kriegen, dann schenken wir was. Wenn wir einen mehr haben beim SC, dann gibt es Geschenke, aber beim banalen Geburtstag nicht. Nur beim ersten Tag, in dem Moment, wo jemand auf die Welt geht, dann gibt es ein Geschenke.